Herzlich Willkommen in Schäfschens Geburtstagsstudio! Ich darf heute zum Geburtstag gratulieren und Basti! Basti! Alles alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir! Ich habe auch ein kleines Geschenk für dich. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt wirst. Ich habe jetzt eine kleine Familienzusammenführung vor. Ich habe nämlich rausgekriegt aus deinem letzten Betriebsausflug. Ihr wisst ja, die Versicherungen zahlen ja den Angestellten manchmal so kleine Reisen, wo die so komische Sachen machen. Und da wurde Basti in den Umgang. Es hat die Versicherung bezahlt für den Betriebsausflug. Und da ist ein bisschen was passiert, sagen wir es mal so. Und ich habe das Ergebnis vom Betriebsausflug einfliegen lassen. Und das ist mein Geschenk! Der kleine Schwetti! Hier ist er! Guck dir so an wie puffig sie ist! Der sieht ja aus wie aus dem Gesicht geschmitten! Wo? Meine? Meine? Und das wäre schon lange so, als ihr euch schon ein bisschen besser kennenlernen. Und da schicke ich jetzt dir das Schwetti in dem Koffer hier schicke ich sie dir nach Leinburg. Los! Usch! Usch! Rein mit dir! Meine? Okay, alles klar? So! Meine? Ich schicke sie jetzt fort. Die kommt bis zum Wochenende bei dir an. Viel Spaß! Tschüss! So! So, das stimmte! Nummer schicke! L kilometre! So! Einsen! Versuch wemer!